Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Yo, wir haben beim letzten Mal ordentlich ne Bootswur. Ich glaube es war das letzte Mal Bootswur, ne? Oh oh. Wer mitgerufen? Sie? Tu mir nix. Ha 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 ha. Ich hab dich da, schwerer Typ. Äh, Arthur. Irgendjemand hat mich gerufen. Ich weiß nur nicht, wer mich gerufen hat. Ok gut, dann. Gehen wir einfach weiter. Oh, John Morston. Nimm dich mal. So, wir hätten hier vorne die nächste Mission. Ich würd sagen wir machen die als nächstes. Mit Molly. Ja? Ja, Frau O'Shea. Sadie? Ah, call me Molly, would ya? Arthur, wie ist Dutch? Ich meine, wie sieht er dir? Ich bin über die gleiche als normalerweise. Ich glaube, ich liebe ihn. Aber wenn er... Wie immer sagt er, Loyalty ist alles, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What do you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so. But you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. What you just said. Hey, I'll do it. As long as you ride with us. I got a serious medical condition. Yes. You are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It's easy. And I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine. I'll do it. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here, where there's an old ruined church before it connects with the rest of the wagon train. Very easy pickings. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. Okay, then. Lass uns mal. Come on then, you miserable bastards. It's a good man. I need to, by the way, my neckline. Like. How would you get a small man? We only been down here all in five minutes. Well, wow. You boys went off fishing or playing law man or whatever the hell you been doing. I've been getting down the business. Founding the nearest grog house. Hey. You don't want in on this Williamson? That's fine by me. Do us all a favor. Head home. Just give it a rest you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellas were knee high to a grasshopper. Once a decade maybe. Because what is it? You've scoped here exactly. Well, I told you. There's a wagon with a lockbox passes through every week. Okay, then holen wir uns das Ding mal. Ich nehme den Lancaster. Geht's mir, glaube ich, lieber und natürlich Rolling Block. Okay, hold up here. We should cover our faces. Klaro. Ab geht. Ich bin ready. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. There. You see you gentlemen? Haha. Warte mal. Warum habe ich hier ein Sheffield und dann nicht? Sollte ich mir den Sheffield nehmen oder was war das? Ja, wobei die Vulkane. Wusstest ihr, dass die Vulkane tatsächlich... Ah, hier ist einer. Der nicht so gut ist. Dann nehmen wir zweimal Sheffield. Die Vulkane war tatsächlich das Schlimmste, was man haben konnte, weil das immer in die Luft flog. Stop the wagon! I said stop the damn wagon! Woah! Now! Don't try anything stupid! And we won't do anything. You know boys, I don't, I don't want to get shot. But this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar. Mr. Leviticus... Aha! Oh great. So you know... Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too. Oh, he'll miss it. Okay. Why don't you check out around the back? Arthur, help me out here. Ich bin dabei. Truhen durchsuchen. Ja, nice. Let's see what's inside. Was gibt's hier? Oh yeah. Okay, we're looking good. Must be nearly a thousand here. Nice. Shit. Hey! Think I see something? Oh great. Let's go, Arthur! Let's go! Yeah! Oh 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 oh. Viel zu viele, viel zu viele! Ich hoffe, die sind uns... Das ist echt so. Ja, ne... Oder wir knallen die alle ab. Aua! Oh yeah! Geh Vollgas! Hab ich... Was ist denn mit dem Pferd los? Warum dreht mein Pferd Runden? Ja toll. Das Pferd hat einfach zweimal eine Runde gedreht. Was ist denn das für eine Scheiße, man? Boah, das gibt's doch gar nicht. Ich drehe einfach mal ein paar Runden. Ich bin ein Pferd. Meine Güte. Was ich nämlich gucken wollte ist, ob ich... Jawohl, ich habe wieder mehr. Ja und jetzt reitet er wieder. Ein paar haben wir getroffen. Dann links hoch. Ah, jetzt zählt er mal. Ja, 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 ja. Er ist down. Weiter, 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 weiter. Okay. Ich glaube, wir sind durch. Gute Sache. Mit den Pferden oder was? Ah ja, gut. Die Pferde hauen ab. Das Gesicht ist nicht mehr gecovered. Ja, klar. Ja. Wir, äh... Get some rest. Ah. All right. Let's try and get out of here. Hey. Shit. Absolutely. Shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light. Over by the house. Damn. Yeah, yeah. Hey, let's just... keep this calm. Well, see what happens. Uh-oh. Is this your place? Kinda. And you didn't hear nothing? I... I... Why don't you just tell me, partner, what you heard? I... Tell me what you heard. I don't... Maybe I heard some noises out by the bar in a while ago. Ain't me. You better not be here. All right. Group fourth. Low. Go check out the... The bar. Sir. Shit, die kommen. Die sind eigentlich weg von hier. Die sind dringend weg. Game. The place looks deserted enough. Sure. You head inside. I'll go round the back. Oh-oh. Shit. Wie konnte der mich denn... Merken? Wie konnte er mich denn denn sehen? Ah, der hat sein Maid gesehen. Uh-oh. Ah, ich hab meine Pump-Action. Nice to know. So. Du musst gar nicht durch ne Pump-Action, aber ich hab's voll für bald. Oh-oh. Okay. Oh-oh. Oh-oh. No. No. Ah-ah. Der ist down. Oh-oh. There's a goddamn horde of them on the left here. Ich will, kriegen die. Kaffee, der ist weg. Da ist einer noch. Da oben ist noch einer. Den hat's weggehauen. Okay, da. Alter. Ah. Oh fuck. Die Polizei ist kittin. Komm mal, old man! Äh, 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 äh. Komm mal runter! Rauste. Ich weiß nicht, ob wir das hätten vermeiden können. Und warum öffnet sich jetzt das Steam-Overlay? Okay. Okay. Wahrscheinlich wär der Typ auch gegangen, aber... Haben wir jetzt halb die Schießerei am Hals. Komm mal, komm, komm, komm. Ja, Alter. Komm mal, komm! Komm schon. Äh. Der eine hat ein Messer im Kopf. Ja toll der eine der ist ja einfach hier hin und her gerannt. Der hat die Szene voll gestört. Der war nicht viel leiser als wir. Zwei haben wir. Weg. Gott. Woaa Glück gehabt alter. Oh shhh. SCH. Sag ich dann nur. SCH. Lief halt auch nicht gut, weil ich uns natürlich direkt verraten habe. Ich habe halt echt gedacht, das ist so okay. Ich habe an den Typen hinter uns nicht gedacht. Und dass der natürlich seinen Freund tot sehen wird, ne? Na gut, so wie es halt immer ist, ne? Das. Ja, nicht beschweren. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Natürlich sind wir jetzt gesucht. Weg hier. Oh man. Schon wieder. Aber wir sollten nicht gefunden werden. Ich reite mal hier quer rüber. Durchkommen die von da hinten. Aber hier hinten sollten sie uns nicht verraten. Ja. Hier ist noch direkt die Schienen. Alles gut. Hier bin ich nicht mehr gesucht und bin im Lager hier. Also das war jetzt auch irgendwie blöd, ne? Ja. So Schießerei. Ja klar, gut. Ich werde gesucht und... Na, ärgerlich. Da steht ja jetzt noch nicht zur Debatte wie viel wir und so, ne? Also wie viel wir wert sind im eigentlichen Sinne. Wir müssen halt echt was essen. Und das Pferd müssen wir auch gleich striegeln. Ich sehe es kommen. Was für die Ausdauer. Nehmen wir ein bisschen Gin. So. Ja. Ein bisschen die Ausdauer aufpüpschen wäre jetzt nämlich auch nicht schlecht. Okay. Da wären wir zurück. Wir haben gut was an Geld übrigens hier jetzt für die Bande eingebracht. Was ich sehr gut finde. Also macht auch wieder Sinn. Weil wir jetzt nämlich auch sagen können, okay, ähm, bau mal aus. Das ist nämlich jetzt... Oh krass. Lagerkasse 136. Das ist ja nix. Hier hör mal. Ich guck mal in dem Stash nach. Und was man da eigentlich noch machen kann, weil ich habe alles wieder vergessen. Ähm, Kontrollbuch. Wir haben halt auch kaum Kohle eigentlich. Hm, Unterkünfte verbessert. Was haben wir denn hier? Strauß Arzneiwagen. Können wir auch noch nicht machen. Echte Feuerkraft. Unterkunft. Arthur Wilson. Eine Karte für die bessere Planung von Reisen. Fertisch, dass hier mehr Platz für anbinden wäre hilfreich. Mit besserem Werkzeug kann Pearson mehr Ausrüstung herstellen. ist ja schon Zell. Einige... Oh. 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 Ah. Oh. 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 Das ist ja auch nur fürs Jagen. Wir sollten tatsächlich mal eine Runde Jagen machen. Die haben aber jetzt erstmal Ehekrach. Achso, vielleicht sollten wir mal schlafen gehen. Das finde ich auch nicht schlecht. Dann könnten wir nämlich dem Next, oder wo ist denn unser Schlafplatz da vorne? Da könnten wir nämlich jagen gehen. Vielleicht jagen wir tatsächlich nochmal die letzten paar Minuten. Damit wir vielleicht auch ein paar Sachen mal herstellen können. Schlafen gehen. Wir sollten uns irgendwann mal rasieren. Der hat wieder so Haare, die sehen nicht schön aus. Der schläft auch viel zu wenig, habe ich das Gefühl, manchmal. Aber das Schlafen ist hier eigentlich mehr obligatorisch gedacht. Oder gemeint. Ja, Tagebucheintrag. Erstmal rasieren. Machen wir den mal so. Schau, vorsorglich. Mal, warte mal. Was können wir denn noch machen? Nein, das sollte... Ich mag Arthur mehr mit Vollbart. Oh mein Gott, wenn man das hier weg macht, dann sieht's weird aus. Können wir auch nur einen Schnorres wachsen lassen. Na komm, lassen wir das mal so. Okay, dann würde ich sagen, wir jagen nochmal den Rest des... Was ist hier? Warte mal, hier ist was Neues. Ein Hof überfallen, okay. Machen wir gerade mal nicht. Erstmal, wie gesagt, was wir denn noch andere mitbringen. Hier wäre ein Jagdwagen auch wieder cool. Könnte man wieder das ganze Lager versorgen. Bogen und Rolling Block. Ich würde versuchen, viel mit dem Bogen zu erlegen. Ich glaube, da gibt's einfach bessere Fälle und... Bisschen mehr Beitrag quasi. Ich weiß nicht, ob das hier so wichtig ist. Da vorne sind schon, hey. Habe ich recht? Ich muss nicht zu laut sein. Erster Treffer. Schade. Ein Fall hat gesessen, der andere dann leider doch nicht. Na. Ein Dreier wurde es mal. Komm mal her. Kochen. Kochen. Geh instant kochen. Das war's fürs Lager. Ist hier irgendwo... Ah. Da haben wir dich. ein Kochen. Ein Kochen. Die müssen wir ja jetzt schon auseinander nehmen. Mit wenigem Fleisch und Pipapo. Das können wir dann auch alles abgeben. Oh, so ein Jagdrock. Meine Güte. Und am besten noch Leute einladen. Ah. Kann ich ja gar nicht. Ist hier irgendwas? Nee. Gut. Die Truthähne könnten hier gleich vorbeilaufen. Das könnte passieren. Da ist nüchter. Da ist nüchter. Oh, das ist nüchter. Oha. Runaway! Halt ab. Ah, das waren... Gesetzeshüte. Die werden es uns nie vergessen. Okay, tschau tschau. Doch Straftäter. Also so richtige, richtige Straftäter. Nicht so... Wischiwaschi Straftäter. Wo man sich vielleicht noch denken kann... Wenn die... So nach dem Motto, ja wir haben hier... Zwei... Zwei, drei Leute festgesetzt. Keine Ahnung. Le Moin oder so. Oder Le Moin. Ja Moin Brüder. Nö, nö. Das waren schon richtige. Na gut. Sollen sie sich mal freuen. Sind sie frei. Aber hier ist so wenig. Hier finden wir mal Kraut. Wahrscheinlich Salbei ist das. Oh, da hinten. Da müsste... Ja und jetzt natürlich auch... Kolibri Salbei, yo. Ich würde sagen, wir machen die weitere Jagd beim nächsten Mal weiter. Und gucken mal, was wir noch so alles finden können. Von daher bedanke ich mich herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal auf dann. Ciao, ciao.